Tollala, machen wir erstmal hier einen Schwenk und was auch gleichzeitig ein Kameratest ist hier. Die hat jetzt einen harten Flug oder so einen tiefen Flug mit harter Landung hier. Aber wir kicken mal, ich muss ja mit irgendwas weiterarbeiten. Aber bis jetzt sieht es gut aus, funktioniert. Und der Himmel sieht ja auch gut aus, also deutlich besser als letzte Woche. Also das ist hier, das ist richtig schön das Wetter. Kalt und windig, aber das Licht ist wenigstens toll. So, und wenn das geklappt hat, müssen wir ja ans dringend Nachtrag zu einer Playlist machen. Das geht ja wieder nicht, dass die da bestimmt was auf Playlists kommen. Das ist krank. Weitermachen. Gut, morgen erst. Boom, boom, schiefer. Boom, schiefer. So rum geht das genau.